so da bin ich immer beim let's play final fantasy 13 und ich hoffe dass leckern uns aufgehört wir wagen uns in die nächste bereich ich dachte katzin oder so ne bitte nicht zusammen mit dem tippen da also hallo wie lange geht das noch das ist ein langer weg hallo erst mal auf jeden fall ist das jetzt ein mann ja jetzt haben wir zuerst die männer an jaja und dann ist die genau komm schon einschlagung ja siehste einschlag und erst hin hätten aber auch nichts aus ja gut gab greif haupt an der halt ist aus der hält das aus egal fang hat dies die einzige wohnen schutz hat fang was hast du jetzt gemacht armen tischplatte ich habe meine hand irgendwie ruckartig hochbewegt und umgekehrt tischplatte war irgendwie hart mann nicht geplant kann ich jetzt trinken und du nicht ich bin später du bist es ist so ein strohhalm und ein wasser oder was zu trinken ja und dann fällt es um und dann ist er ganz so richtig am Arsch oder nicht nee du machst dann noch ein gewicht oder so ein becher albo am besten ich gib die zwischen vor den tisch fest oder dann hört man jedes mal so schlürf schlürf oder leute ich trinke nur yay das ging aber recht schnell Mhm. Und es leckt schon wieder. Ja, ich merk's. Was ist denn jetzt los? Komm schon. Davor ist auch schon der Speicherpunkt. Ganz ruhig. Ja. Ich hab keinen Bock mehr da bis zum Ste... Äh, äh, äh. Trollolol. Ich mein, Speicherpunkt durchzuhalten. Mhm. Das sind auf jeden Fall Gegner. Oh. Umweil schnell. So, jetzt müsste es eigentlich besser laufen. Dankeschön. So, und das ist der Speicherpunkt. Und vielleicht bleibt das der Weg jetzt noch. Äh, zu lang. Ah. Warte. Ausrüstung. Fertigkeits. Punkte. Mhm. Schockt's der Bärster? Boah, geil. Ey. Juh. Mit ihr bin ich schon wieder gleich voll im Brecher, oder wat? So, okay. Ähm. Dann geht's schnell zum Speichern. Und ich überspeichere... Pfff. die Datei. Die Datei. Speicherpunkt. Und mit Dozent. Erfolgreich. Ganz kurz die Aufnahme stoppen, dann geht's weiter. Ja. So, weiter geht's. Wagen wir uns in den nächsten Kampf. Wie, Moment mal, war das nicht der Speicherpunkt? Ja, das war der Speicherpunkt, aber die Zeit ist noch nicht vorbei. Ich fühl mich übergangen. Arschung. Wetten davon, dass nur mal einer? Welchen meintest du denn, als würdest du sagen? Hm, den hundertsten? Ja, jetzt ist es noch zehn Minuten, weiß, jetzt wollte ich nicht aufhören. Okay. Oh, Mann. Ich hab noch gerade geguckt und dachte, hä? Wenn wir die hier gerade diskutiert haben, hab ich schon mal auf jeden Fall schon mal einen Eingegner beseitigt. Und wieder in die Luft. Wieder in die Luft. Luft, Luft. Schon wieder. Es sind ja nur Männer hier. Ja, Gott sei Dank. Die Frauen sind ja nicht so schnell zu besiegen. Hüpfen mehr rum. Hüpfen mehr rum und nerven. Und nicht so schnell zu besiegen. Hm. Okay. Oh, nee. Nee, 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 nee. Nee, kein Bock. Kein Bock. Nee, nee, tschüss. Oh Gott, das sind noch viel zu... Oh Gott. Okay, ich renne zu... Nein, ich wollte doch nur zurückrennen. Gut, dann renn wir halt eben vorwärts. Ihr wollt es, das ist ja so. Und warum bin ich jetzt die ganze Zeit in dieser Position? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was macht er da? Bleibt er einfach nur blöd stehen und macht gar nichts? Cool. Doch, er fuchtelt mit den Händen gerade rum irgendwie. Ja, vorhin hat er gar nichts gemacht. Gen, gen, gen. Wir sind alle nur so müde heute. Das fragt die Richtige. Ach, Wochenende, da muss es doch abgehen. Äh, Feuer? Es brennt. Was? In meinem PC brennt es gerade. Ah, jetzt will ich. Gegenstände. Okay. Was ist heute los? Okay, wir rennen jetzt zurück zum Speyerpunkt. Ich sehe es schon kommen. Das Spiel mag nicht mehr. Wer? Dein PC oder ich? Hm. Du läufst irgendwie verpackt. Ja. Oh je. Sag ja. Boah. So. Dann speichere ich jetzt noch schnell und dann... ... ... ... Ich muss jetzt einfach schnell beenden, weil das geht gar nicht. Nö. Scheiße so zu spielen. Mhm. Okay. Dann mache ich dazu noch mal in einem anderen Zeitpunkt mal weiter. Oder ich kann jetzt noch in der anderen Folge mal schauen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. So, ich melde mich ganz kurz zurück in diesem Part. Ja, ähm, ich habe jetzt bis dahin nochmal um ihn gespielt, weil irgendwie ist mir wieder die Aufnahme verloren gegangen. Keine Ahnung warum. Irgendwie spinnt gerade alles ein bisschen, naja, macht ja nichts. Ähm, ja, und deswegen mache ich jetzt nochmal das Gesteil toll mit euch. Meine, äh, mein Gast ist jetzt in dieser kurzen Part, vergiss nicht dabei, aber es wird wohl kaum so schlimm sein. So, wir erlernen Anschlag. So, ähm, er macht weiter mit dem Heiler. Mehr TP. Megavitra. Feng. Macht einmal Brecher. Snow, du machst Verteidiger. So, okay. Gut. Dann haben wir jetzt einmal hier den Datenlook. Gibt mir Datenbank, Waffensysteme, Gefechtssoldaten, Mimper, Drohne, genau das da. Im Inventar haben wir auch nichts Neues, wirklich Großartiges. Entschuldigung. Komponenten. So, zeige euch noch die Ausrüstung von jedem. Ich habe hier den Lebensräter drin, zweimal Carbonenreif. Den Lebensräter, welches ich jetzt dann wieder gleich in den Gladius um. Wo lassen wir da noch die Lebensräter drin kommen? So, Ausrüstung. Bei ihm ist das da drin, zweimal Carbonenreif. Klingelanzen, einmal Silberarmreif. Er hat den Kraftkranz, Eisenreif und Schamanenspiegel. So, und dann schauen wir uns an die Fertigkeiten rein. Weil ein bisschen stimmt das ja nicht mehr, ne? Alle Fertigkeiten. So, ich will das euch alle vorlesen. Alle Fertigkeiten. Gut. Ich sehe gerade, man kann auch bei denen reinschauen, was die können. Interessant. Okay. Gut. Mal bleibt es noch eins übrig. Wir speichern hier. Meine Güte, ist dieser Ton laut. Das ist ja grauenvoll. Wir speichern hier auf einen neuen Spielstand. Dann haben wir Spielstand Nummer 20. Wenn ich richtig gerechnet habe. Und auf diesem Spielstand geht es dann komplett neu weiter. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch weiterhin mit meinem Let's Play Final Fantasy XIII. Wir sehen uns im nächsten Partys dahin. Ciao, ciao. Wir sehen uns im nächsten Mal.